Ja, liebe Zuschauer, ich freue mich sehr auf Sie. Gleich gibt's Jens Keller, den Trainer von Schalke 04 im Audi-Start-Talk und das nach einer Hammer-Woche. Ich hab's gewusst. Nein, nein, ich hab's ja gesagt, ich soll sagen, bleiben Sie dran. Das war ja aber keine Aufsage mit bleiben Sie dran. Doch, das wäre jetzt einer gewesen. Achso, ich hab gedacht, jetzt erlebt man mich erst. Ihr habt mich ja die ganze Zeit schon erlebt. Wir halten so eine Key-Karte hoch, da steht der Text drauf.